Die Stadtgarage hat vor einigen Monaten hier in Dornbirn eröffnet. Nutzen Sie sie oft? Regelmäßig. Das heißt, wie oft sind Sie in der Woche hier? Zwischen zwei und drei Mal, so circa. Ja, wir sind eigentlich regelmäßig da. Ich würde sagen, in der Woche zwei bis drei Mal. Ja, jede Woche einmal, zweimal. Vor einigen Monaten hat die Stadtgarage in Dornbirn eröffnet. Nutzen Sie sie regelmäßig? Eigentlich nicht, nein. Wir haben nicht die Möglichkeit hier Parkkühmänner, oberhalb Dornbirn. Und warum? Weil man als Dornbirn einen Parkplatz kennt, wo man nichts zahlt. Gerade am Abend. Das heißt, Sie finden die Parkgarage zu teuer? Definitiv, ja. Also ich finde es eher günstig. Für mich ist es günstig. Weil da bin ich unabhängig von der Zeit und zahle wirklich nur die Parkzeit, die ich verwende. Also jetzt bin ich kurz da gewesen und muss nichts zahlen, also das ist optimal. Aber ich bin auch schon hinten gewesen und nur durchgefahren, zum schauen. Und da habe ich 17 Cent zahlen müssen und das ist übertrieben. Bloß zum Durchfahren. Also aus meiner Sicht ist der Preis angemessen. Er passt. Es ist, ja, vertretbar. Als Sie hier geparkt haben, hatten Sie das Gefühl, dass die Parkgarage ausgelastet war? Ja, es waren noch Plätze frei, aber ich hatte den Eindruck gehabt, dass sie gut ausgelastet ist. Aber es sind immer noch Plätze frei eigentlich. Es ist schwierig. Am Samstag ist sie voll, aber am Markt ist sie schon wie Mittwoch, das sehen Sie eh. Und ansonsten eher weniger. Also mehr oder weniger. Das ist ja auch gut ausgelastet, aber am Platz findet man nicht mehr. Nein, nicht wirklich. Es scheint sich halb leer. Sind Sie der Meinung, dass sich die Parkgarage für Dormin rentiert hat? Kann ich nicht beurteilen, aber ich bin kein Befürworter eigentlich davon. Ja, es gibt wahrscheinlich wichtigere Projekte wie Tiefgarage. Ja, ich finde schon. Weil vor vielen Jahren hat man mit der Stadtstraße auch immer ein Thema. Und heute ist jeder glücklich, dass die Stadtstraße da ist. Und so wird das mit der Stadtgarage auch sein. In ein paar Jahren sind wir alle froh, dass wir sie haben. Ja, ich bin absolut der Meinung, dass das eine glückliche Lösung ist. Das ist also für uns sehr vorteilhaft, weil sie so zentral liegt. Man kann zu allen Geschäften. Also das hat sich sicher rentiert. Hoffe ich jedenfalls.